Aua! Manu! Also hier ist keine Kohle. Dann suchen wir uns eine andere Höhle. Wir könnten ja Holzkohle machen, aber... Aber nee, keine Lust dazu. Au! Diese Höhlentur mache ich noch extra auf Peaceful, weil wir ja noch keine Essmöglichkeit haben. Also wir haben eine Essmöglichkeit, aber wir würden davor verrecken. Und deswegen... Das hat jetzt überhaupt nichts gebracht. Dann machen wir uns doch fürs erste Mal Holzkohle. Tja, so geht eben Minecraft. Ah, so... 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 Komm, hör auf zu regnen. Moment Leute, ich werde kurz in Craps was einstellen. So, da bin ich wieder. Ich zwinge gerade mein PC die FPS auf 40 zu halten und es funktioniert auch ziemlich gut sogar. Ich bin immer nur knapp unter 30. Ich zwinge dich, I force you. So, dann können wir jetzt aber auch auf easy machen fürs erste. Ne, noch lange nicht. Ja, sorry, dass ich noch nicht auf irgendwie schwerer mache. Oh Gott, wir haben Schnee in der Nähe. Oh nein. Hätte ich bloß... Okay, dann werden wir uns kurz noch um was anderes kümmern. Die Mine kann warten. Ah nein, ich hatte befürchtet, dass mir das passiert. Aber wofür gibt's denn Peaceful? So. Okay, das Forsten auf 40 bringt jetzt gerade fast überhaupt nichts mehr. Ich mach's mal eben weg. Scheiß auf Forsten. Mein PC ist nicht so toll. Aber... Wir brauchen jetzt erstmal ganz, 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 äh, ganz viel davon. Ähm, wo bauen wir das denn hin? Ja! So, aber wo baue ich das denn jetzt hin? Ähm... Moment, davon muss ich was gucken. So... Ah, Moment. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, hm. Okay, einen Seed brauche ich noch. Okay, einen Seed brauche ich noch. Dankeschön, so. Jetzt brauche ich noch das passende Werkzeug. Jetzt brauche ich noch das passende Werkzeug. Oh, du bist so süß! Ähm... Moment. Ähm... Ähm... Genau. Kurzer Hirn-Out. Ach, zuerst mal, damit es besser aussieht. So. Meine Katze weh nicht draus. Ähm... Ähm... So. 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 Oh. So. 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 Immer noch viel zu wenig, ich glaub's nicht. Boah. Ich mach aber auch gleich Schluss. Weil ich will noch was anderes machen. Aber nicht mit YouTube zu tun, sondern... Oh Mann, die puncht die Tür wie so eine Bekloppte. Lucy. So. Jetzt brauch ich noch zwei Zauntore. Lucy, bist du bei mir hier? Hallo? Hallo? Hm. Alter. Ja klar. Wenn das geht, ne? Schade. Ah. Lucy! Was mach ich denn da? Ich brauch zwei. So. So. Wachst. Los. Los. Schneller. Egal. So. Mit diesen kleinen Gebauten hier verlasse ich diese Session. Ähm. 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 Ich werd auch irgendwann noch nen Leuchtturm hinbauen. Und zwar da, da hinten dann. Aber, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschau. H- doch. Vielen Dank.